So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO! Ich habe gerade noch gestreamt Pokémon Legenden Arceus und eigentlich bin ich total fertig mit der Welt, aber nicht wegen dem Spiel, sondern weil meine Fresse so weh tut die ganze Zeit, seit der komischen Impfung, tut meine Fresse jetzt weh. Okay, ja, aber gut, das ist ein anderes Thema und zwar geht es jetzt hier um, pass auf, im Stream haben sie ja schon 100.000 Leute gesagt, oftmal hier, guck mal, Apex-Krypto-Lukia und Apex-Krypto-Ho-Oh erscheinen. Was ist das denn schon wieder? Ich kenne nur den Apex-Predator, also den Randy Orton, ne? Wenn ihr den Randy Orton kennt, schreibt es mal in die Kommentare, aber jetzt geht es in Pokémon GO weiter mit Apex-Krypto-Lukia und Apex-Krypto-Ho-Oh. Sehen die jetzt so viel anders aus, als jetzt normale Krypto? Ich würde gerade sagen, ja, weil das und das und die sehen beide einfach viel cooler aus, aber irgendwie waren die auf Bildern als Kryptos immer schon cooler, als sie dann im Endeffekt im Spiel waren. Was ist das jetzt genau? Was soll das jetzt hier sein? Apex-Krypto-Lukia und Apex-Krypto-Ho steigen herab. Die Geschichte der Jahreszeit der Herkunft geht weiter. Arlo hat die gestohlene Kraft, die hinter der Tür verriegelt war. Da war ja was. Es ging immer um Türen. Tür hier, Tür da, Tür bla bla bla. Zu einem finsteren Zweck eingesetzt. Er hat die mächtigen Pokémon Apex-Krypto-Lukia und Apex-Krypto-Ho-Oh erschaffen. Wir müssen etwas unternehmen. Trainer, stockt eure Item-Vorräte auf und macht euch bereit, diese mächtigen Krypto-Pokémon aus der Gewalt von Team-Go-Rocket zu befreien. Den ganzen Ablauf der Geschichte könnt ihr noch nachlesen, aber das macht eh keiner. Das weiß ich jetzt schon. Und ganz speziell wurde ja schon angekündigt, dass natürlich die Ticketbesitzer, die ihre Forschung und alles da fertig machen, noch eine zweite exklusive Forschung bekommen. Nämlich die Meisterforschung. Und darum geht's jetzt, denn da sind die drin enthalten. Also, die bekommt ihr wirklich erstmal nur, wenn ihr ein Ticket habt. Wer also immer noch kein Ticket hat, holt euch ein Ticket oder sagt, ist mir doch alles egal, aber dann könnt ihr eigentlich auch was anderes spielen. Pokémon bei der exklusiven Meisterwerkforschung für Pokémon-Go-Tour-Yodo-Ticketbesitzer, Ticketbesitzer, die die Spezialforschung zu Pokémon-Go-Tour-Yodo abschließen, schalten eine neue Meisterwerkforschung frei. Diese Forschung haben wir so entworfen, dass ihr für lange Zeit daran arbeiten könnt. Könnt. Müsst oder könnt. Ich glaube, wir müssen daran, dann heißt es wieder, drehe acht Monate hintereinander einen Pokestorm. Das ist auf jeden Fall Langzeit-Motivation, da freuen sich doch die Leute immer. Im Laufe der Meisterwerkforschung könnt ihr diesen legendären Krypto-Pokémon begegnen, Apex, Krypto-Ho-Oh und dem Krypto-Lukia-Apex. Sie strahlen eine Aura aus, wie sie noch bei keinem anderen Pokémon so vorgesehen wurde. Wenn sie erlöst werden, scheinen sich diese Aura zu verändern. Normalerweise erlöst man ja keine Krypto-Pokémon von Legendären, weil die ja viel kräftiger und brutaler sind. Das Komische bei denen ist jetzt aber, wie ihr gleich seht, dass wenn ihr das erlöst, die Attacke bei denen stärker sind als normal. Also solltet ihr sie jetzt doch erlösen oder wie? Also ich... Hinweis, und das für alle, unabhängig natürlich, welche Edition ihr wählt. Das heißt nicht, weil eigentlich ja man sich entscheiden muss zwischen Gold und Silber und bei Silber ist jetzt hier Lugia dran gekoppelt ein bisschen und bei Gold ist Ho-Oh dran gekoppelt. Aber als Ticketbesitzer kriegt ihr trotzdem in der Meisterforschung beide. Der Rest ist was anderes, aber diese Alpha Predator Randy Orton Pokémon kriegt ihr auf jeden Fall dann beide, wenn ihr ein Ticket habt. Hier ist es dann nochmal aufgezeigt. Hier bei Gold steht Apex, Krypto, Ho-Oh, Loiderfeuer plus, also diese heftige Attacke beherrscht Loiderfeuer plus, eine stärkere Variante von Loiderfeuer. Und wenn ihr das erlöst, wird plus zu plus plus, dann fügt das nämlich nicht 135, sondern 155 Schaden zu. Aber nur in Arenenkämpfen und Raidkämpfen, in Trainerkämpfen ist die jeweils bei 130. Ja, ich nutze eh nur Raidkämpfe und Zeugs. Und hier beim Apex Krypto, Lugia ist es so, mit Luftstoß plus und plus plus, wenn ihr das dann erlöst, macht die nicht 200, sondern 225 Schaden. Aber was genau jetzt diese Apex Krypto-Pokémon sein sollen und ob die jetzt wirklich ganz anders aussehen, nochmal, oder halt einfach du es nur an der Attacke merkst, dass da ein Plus dahinter steht, werden wir dann wohl direkt in Pokémon Go erfahren. Wenn es soweit ist, habt ihr ein Ticket? Ja, nein? Schreibt es mal in die Kommentare. Wer immer noch nicht weiß, ob er sich ein Ticket holen soll, seht ihr hier nochmal auch die Unterschiede zwischen Gold und Silber. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde wahrscheinlich Silber nehmen. Und hier seht ihr jetzt, was bei der Goldenen vom Rauch angelockt wird. Das ist wieder sehr kompliziert. Also man denkt, diese Pokémon erscheinen nicht wild, sondern kommen nur durch Rauch. Bei Gold. Weberracks, Gorgler, Teddyursa und Mantax. Neu ist in dem Sinne nur Mantax als Shiny, die anderen sind schon als Shiny im Spiel. Also entscheide ich mich jetzt sozusagen für Mantax, oder wenn ich in die silberne Edition gehe, vom Rauch angelockt, Ladybar, Bodogel, Panzer, Aeron, Funpi. Neu ist nur Funpi. Also entscheide ich mich eigentlich zwischen Gold und Silber, ob ich Mantax oder Funpi besser finde. Was dann aus dem Rauch kommt und ihr dann einfach durch den Rauch sammeln könnt. Generell gibt es eine erhöhte Shiny-Chance auf diese ganzen Pokémon bei Gold. Da sind die ganzen Starter dabei. Das sind hier etliche Pokémon. Hier Fluffel, Luf, Nardu, Hopspross, Songkern, Potrotz, Gorgler, wohin genau? Quiegel, Mantax. Ho-Oh. Erhöhte Chance auf Ho-Oh. Aus dem Raid. Erhöhte Chance. Instatt 1 zu 20, so 1 zu 2 oder wie. Ja, keine Ahnung. Die Pokémon sehen jetzt alle nicht so heftig spektakulär aus. Viele freuen sich über die Starter und was halt noch richtig cool ist, ist vielleicht dann Quiegel, Bonbons und so. Ist jetzt aber nicht der Hit. Und das einzig Neue ist eben, wie gesagt, Mantax bei Silber. Habt ihr jetzt auch so Sachen dabei? Hier, würde ich sagen, ist das Highlight dann wahrscheinlich Lavitar. So wie hier oben Quiegel. Habt auch die Starter. Ja, und habt Hunduster. Ist doch auch ein cooles Pokémon. Ansonsten viel Zeugs, was jetzt gar nicht so krass ist, aber eigentlich da nur ein neues Shiny und da nur ein neues Shiny. Mit erhöhten Shiny-Raten bei denen. Aber irgendwie sind ja noch viel mehr andere Pokémon angekündigt gewesen. Und es ging noch um Skaraborn und sonst was. Ach, Skaraborn. Korazon. Also es ist alles auf jeden Fall. Wir werden wirklich erst genau wissen, wie es abläuft und was es ist, wenn es soweit ist. Klar gibt es Sachen in beiden Editionen. Diese Event-exklusive Spezialforschung, wo es ein wohl garantiertes Schildern des Garados gibt. Nochmal Celebi, auch nochmal mit einer neuen Attacke, mit Zauberblatt, diverse Avatar-Artikel, Sammelherausforderungen, die ganzen Boni hier, die auch dabei sind. Schlüpfen viermal so schnell, doppelt so viele Bonbons fürs Ausbrüden, eine In-Game-Medaille, es gibt Sticker, ja das gibt es ja irgendwie immer. Dann ein kostenloses Bundle mit drei Fan-Raid-Pässen. Neun Pässe könnt ihr an Arena drehen, die ihr vor Ort machen könnt. Mehr Bonbons fürs Fangen von Yodo-Pokémon. Und in Schnappschüssen gibt es auch Überraschungen. Ob da vielleicht sogar ein neues Rotom auftaucht, weil ja trotzdem mal bei so einem Fest in den Schnappschüssen ein Rotom drin war. Eine Form und bisher gab es noch nichts. Inhalte ohne Ticket, das müsstet ihr ja dann schon wissen. Also bis jetzt, wenn man das so sieht, müsste man denken, man kauft sich dieses Ticket, um entweder dann Montags in Shiny zu bekommen oder Funpee in Shiny zu bekommen. Und ich bleibe bei Funpee. Und dazu gibt es aber noch die und ganz viele Forschungen und auch die Pässe. Und schon allein die Pässe sind ja das wert, dass man da diese 10 Euro oder was das ist bezahlt. Und deswegen, ich habe schon ewig ein Ticket. Ich bin gespannt, was es im Endeffekt nun wirklich wird. Wie ist eure Meinung dazu? Habt ihr Bock auf Apex Crypto Lukia und Apex Crypto Ho-Oh oder bleibt ihr beim Apex Predator Randy Orton und guckt weiter WWE? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Heute wird nämlich ein richtig heftig schwerer Tag, weil ich noch die Oxys Raids für Zuschauer machen will. Von 11 bis 17 Uhr dann die Raid Mania und dann abends die Raider Mittwoch-Folge raushauen. Und dann Wrestling, also der Tag ist auf jeden Fall vollgestopft. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Es geht auf jeden Fall die ganze Zeit jetzt erstmal weiter mit die Oxys. Alles, was einfach dazwischen noch rumhängt und auch neu als Shiny ist, dann drehst du komplett durch so. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann im Stream ab 11 Uhr. Wenn ihr die Oxys Raids machen wollt und das Shiny noch braucht. Ciao.